Games, PSN, Xbox, Guthaben, Karten und das alles zur Best-Price-Garantie. Gerne mal den Link in der Videobeschreibung abchecken und nochmal zusätzlich 3% sparen mit dem Rabattcode. Moin, moin Leute, was geht? Fabi für euch wieder am Start. Heute schauen wir uns mal das FIFA-Menü an. Ich habe schon von vielen in Streams gehört, ey, ich komme gar nicht mit dem Menü klar. Und hier mal einen kleinen Überblick, was man wo machen kann. Wir haben hier unten diese Felder, die erklären sich von alleine, würde ich mal sagen, Transferspielen, da kommt ihr halt hier zu Squad-Battles, Division-Rivals, Food-Champions und so weiter. Unter Spielen seht ihr jetzt Stadion und Mannschaft. Wenn ihr euren linken Stick nach runter drückt, kommt ihr zu eurer Mannschaft. Da könnt ihr dann ganz normal euer Team bearbeiten, wie ihr es sonst auch kennt. Und gerade zu Sachen wie Wappen wechseln, irgendwelche Sachen am Stadion ändern, macht ihr einfach, indem ihr den linken Stick nach oben drückt. Und da kommt ihr dann hier in diese Mainz-Stadion-Ansicht. Da könnt ihr auf Spieltag gehen. Unter Spieltag könnt ihr dann Wappen, Ball, Trikots, Jubel, einfach alles ändern, auf was ihr Bock habt. Unter Zuschauer findet ihr dann den Stadion-Editor. So ist richtig, Leute. Und hier könnt ihr euch auch mal noch ein bisschen umgucken, Seitenlinien. Ich habe da jetzt auch noch nicht genau reingeguckt und mich genau damit beschäftigt. Aber auf jeden Fall wisst ihr schon mal, wie ihr da hinkommt. Das war es auch schon wieder von diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Falls ja, smasht gerne den Like-Button. Falls du neu auf dem Kanal bist, gerne ein kostenloses Abo auf Ehrenbruder Basis da lassen. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.